Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mal wieder mit dem Mike unterwegs und heute gibt es leckere Brombeeren, nein Quatsch, hinter uns seht ihr so einen schön verwachsenen Betonklotz, was das heißt, Bunker und bleibt dran. Ja Freunde, jetzt hier hinter mir in einem, oder ich behaupte mal in dem größten Raum, seht ihr hier hinter mir eine riesige Ansammlung von Flaschen, Glasflaschen, Verschlüssen, Hühnchen, ich weiß es selber nicht. Schaut doch mal selbst und wenn ihr wisst, was das hier genau war, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Jetzt schaut mal hier hinter mir, da haben wir noch eine schöne Malerei, ob aus der damaligen Zeit, glaube ich nicht, aber dennoch schaut es echt klasse aus. Ja Freunde, auch hier hinter mir noch so ein paar schöne alte Relikte, Schuhe, Fläschchen und ein Tässchen. So ein paar kleine Eingetrie. So ein paar Jahre, die man sieht, ist sehr abdert, das ist schon nach wie ohne. So ein paar Jahre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020